hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge bei daylight heute mit cam ich hoffe dass die granaten hier gleich auch bereit rücken denn ich will loslegen loslegen okay los ich will doch nur spielen ja ok jawoll ja was ist denn das jetzt ok Was ist denn? Okay. Nehmt das jetzt rum wieder? Oder was? Mann, ey. Eierkopf doch. Dick! Oh Gott, wer ist es? Wer ist es? Wer? Äh, hallo? Was? Hä? Ich blicke gerade. Wer? Was? Oh nein. Die Seuche, die Seuche, die Seuche. Ich muss raus, ich muss raus. Wenn die Rabe mich verraten, dann bin ich am Arsch. Oh mein Gott. Oh, wer wird es klopfen? Wo ist denn da? Nein. Ich brauche einen Generator. Der Generator. Ah, dahin ist noch einer. Yeah, perfekt. Direkt neben einem Haken. Neben einem Haken. Weil es so schön ist. Oh mein Gott, die Seuche. Ähm, alles klar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die Seuche kämpft dann noch oder was? Ja. Bitte geh in die andere Richtung. Ich will diesen Generator fertig kriegen. Bitte. Oh mein Gott, ey. Wir müssen heute überleben. Und das wäre super. Und das wäre mega geil. Oh, schneller. Schneller. Mensch. Ich sehe jetzt gerade gar nichts mehr. Was sind die? Oh nein. Mach weiter, mach weiter. Mach weiter. Scheiße. Das ist mein Verderben. Ich glaub die alle, die alte kommt gleich. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Ja, ich bin weg. Oh nee. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt nah genug, dass ich die retten kann. Mal gucken, wo sie... Oh, 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 oh. Langsam. Okay, die dreht sich da wie eine Irre. Ah. Was macht sie? Geht jetzt zu dem Hagel. Okay. Wir werden sie retten. Kannst machen, was du willst. Die Seuche ist doch echt die Seuche. Wirklich. Was ist mit der Alten? Nein. Oh mein Gott. Verschwind doch endlich mal. Nein. Welche Richtung? Nein. Denk ihr noch? Komm. Komm, ich rette dich. Heile dich. Komm. Hallo. Oh. Was ist denn das für... Was? Es wackelt wieder. Yay. Komm schon. Ist wieder am rumspinnen. Ich verstehe diese Welt nicht mehr, denn ähm, im Spiel selbst ist es nicht so scharf wie in OBS. Okay. Interessant. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Juhu! Noch in Generator, Leute! Das werden wir ja wohl hinkriegen. Oder? Was ist denn? Ist der da noch mehr? Ruhe! Bitte, wir müssen alle raus! Komm, ich helfe dir! Oh Gott, die Seuche! Nein! Und eine ist schon tot! Oh oh! Oh, leg mich an Papa! Pupupups! Renn doch nicht mit mir hinterher, du Eier! Oh Gott! Ich hoffe, sie hat mich jetzt nicht gesehen! Kann ich mich dahin am Stein verstecken? Oh Gott! Da sieht mich keiner so... Alter! Was mache ich denn für'n Scheiß? Komm in Generator! Boah! Sie hat ja wohl irgendwie müschlich sein! Hey! Die läuft in die andere Richtung! Ich dann... In die nächste... entgegengesetzte Richtung! Was ist denn das jetzt? Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Flüchten! Flüchten! Können wir flüchten? Können wir flüchten? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Alter! Was ist denn mit dir? Was? 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 Komm schon! Und das Tor geht auf! Kommt schon! Geh nicht raus ohne euch! Na, was ist denn das jetzt? Hallo? Blüte! Leute! Könnt ihr mich verupfeln? Ähm... Vereilt euch mal bitte! Hallo, Johnny! Wo seid ihr? Hallo? Sie werden alle sterben, glaube ich! Geh weg! Sind ihr mich jetzt im Stichlast, ey? Dreht euch in den Arsch! Nein, wir werden... Was? Egal, ich spring weg! So risky, Mann, ey! Funktioniert es doch nicht! Schnelle Runde! Oh Gott! Eine schnelle kurze Runde! Wir sehen uns dann! Nächste Let's Play! Oh mein Gott, ey! Wir sehen uns dann die ganzen involvement, Über die Zeit! Nächste, holen er mich auf einem Länen! Ich finde, auch immer so viel, auf! Wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020